Jo, so, da sind wir wieder. Ich muss mal von dem geilen Schuss vom letzten Teil erst nachladen. Tut mir leid. Das war die Limo. Dann gibt es nur Limo zu trinken. Oh Gott, wenn der nicht auch noch so riechen würde. BAM! So, schneller. Wow! Kommt was geflogen. Stehen über uns noch welche? Herr Patrick, weißt du wie froh ich bin, dass wir nicht auf Profi spielen? Das darfst du doch nicht sagen. Achso. Ich meine, du weißt wie froh ich bin, dass wir auf Profi spielen. Ja. Vor allem, weil es so leicht aussieht. Liegt nur daran, dass wir unsere Waffen so gepimpt haben. Ja. Es gibt ja Leute, die benutzen ja hier die freigeschalteten Waffen und laufen einfach durch das Spiel. Und metzen alles nieder. Echt? Ja. Mit unendlichen Munition und so ein Scheiß. Oh Gott. Ich will sowas nicht. Oh ja, die Stelle. Wollte ich nur schon mal kurz den Ort zeigen, der uns gleich ein bisschen auf Top halten wird. Aber Patrick, was sollte das gerade, ja? Ich hab mir das hart erkämpft und hart alles bezahlt, um N-Eng Munition und voll aufgepimpte Waffen zu benutzen. Schön. Ich will es trotzdem nicht spielen. Aber das macht das, das, äh, un-, wie sagt man, das, das Raiden Evil, was am wenigsten, äh, von seiner Angst lebt, noch unängstlicher. Ich drehe einfach mal. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich stehe irgendwo oben drauf. Ach, da. Aber ich stand gerade auf der anderen Seite, wenn ich da jetzt hinwollte. Toll. Ich schalte mal eine Gefahr aus, vielleicht kommt die nächste hier und sagt, boah, zwei mit einem Schuss. Hast du das gesehen? Na, zwei mit einem Schuss. Oh, da ist gerade einer geplatzt. Cool. Hier liegt Schrotgewehr-Munition. Wo? Da. Hey, da kam es geflogen. Fire, fire and who? Patrick, ich da, ich denke mal, ich darf mal wieder zuerst, ne? Wer oder was schießt? Bück dich. Man, ich lass dich verprügeln. Lüsse ich auf. Gewehr-Munition. Musik aus? Erstmal? Fürs erste. So, ich denke mal, ich darf hier wieder zuerst fahren. Wenn du willst. Habe ich eine Wahl. Du willst ja dann wieder Sniper. Guck mal hier, guck mal, kriegst du wieder, kriegst du wieder einen Anschlag hier. Und los geht die wilde Fahrt. Hau rein. So, wir kriegen jetzt wieder Gesellschaft. Genau. Scheiße. Mann, kaputt. Wo ist er denn? Aber warte, bis er runter springt. Ja, der springt ja gleich runter. Ah da, okay, alles klar. Und dann versuchen, da kaputt zu machen. Okay, der war schon mal scheiße, der Schuss. Scheiße, wer ist so schnell? Patrick. Wer ist so schnell? Före dich. Sehen wir dann. Fuck you, ey. Oh, Entschuldigung. Ich habe mir wischt. Ich habe mir wischt. Mann, kaputt. Ich bin ja dabei. Jetzt steht der hinter so scheiß Balken. Oh, Alter. Oh, Kopfschuss. Vielleicht war sogar ein Kopfschuss. Alles klar. Schatz. Muss ich zu dir kommen? Wäre besser. Gut. Hier ist eine Mine. Brauche ich nicht. Ich auch nicht. So, Gondelding. Komm her. Ich kurbel hier schon mal. Juhu. Ja, wir sind das A-Team. Das waren die anderen Jones. Das waren die anderen Jones. Egal, trotzdem sind wir das A-Team. Ich bin der Weiße und du bist halt die Schwarze. Da gibt es ja auch einen Schwarzen. Ich weiß, ich gucke das A-Team allerdings nicht. Ich habe mir die Filme im Kino nicht angeguckt. Würde ich auch gar nicht. Wieso bist du so ein knallharter A-Team-Fan, der sowas nicht mag, wenn dann so die ganzen Schauspieler ausgewöchslt werden? Ja. Die sind aber auch viel zu alt, um als dass die noch in die Rollen passen würden. Das weiß ich. So, Patrick, jetzt darfst du zuerst. Ich komme erst gar nicht zu dir hoch. Wieso? Wenn man nicht nicht muss. Wieso passiert da nichts? Ich weiß, erst wenn wir beide da sind. Ja, und das Tor aufgemacht haben. Okay. Haha, jetzt tritt ich dich. Jetzt kommt wieder die Indiana Jones. Na ja, gut. Klar, schneid's dann rein. Das Tor in das Tor haben. Ja. Ich habe Angst. Komm noch hin. Ja, ich bin dabei. Halt schon mal Pumpkin bereit. Oder was hat mehr Schaden bei dir? Ja, eigentlich, das schaffst du nicht mehr. Aber wenn dir einem Gegner zu nahe kommt, ist das schlecht. Ja. Dann kurbel mal. Bin dabei. Oh, das lasse ich einfach so. Da weiß ich nichts. So. Yeah, Feuer aus. Weg ist frei. Oder? Halt du mal da oben hin gezielt. Ich mache das Tor hier oben. Ich glaube, kommt eh das Zwischensequenz. Oh, oh. Next one. Ah, ich habe mich schon mal erwischt. Was ist da gerade was? Oh, der tritt mich weg. Ja, nee, ist klar. Ui, ui, ui. Renn doch nicht weg. Ich will ja nicht wegrennen. Ich wollte nur in Sicherheit. Der taumelt. Mann, ich hätte gerade boxen können. Da. In die Fresse. Zack. Zack. Ui, ui, ui. Was ist der? Muss nachladen. Scheiße. Jetzt duckt der sich gerade, ey. Nein. Hacke. Mein Bild, ich bin so schlecht. Fischt. Kaputt. Ja? Gut. Boah, die sind so gut. Ach ja, so ein Stress immer. Warte kurz. Ich weiß noch, wie schiss wir im allerersten Durchspiel haben. Ja. Ich glaube, da sind wir auch ein paar Mal gestorben bei dem. Ein paar Mal, ja. Aber wenn wir nicht wussten, wie wir den besiegen. Einfach draufschießen. Wenn wir keinen Plan hatten, weil wir so blutige Anfänger waren. Ja, blutige Anfänger ist genau das richtige Stich, euer. He he. Ja, ha 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 ha. Boom. Ah. Da lebt noch einer. Boom. Jetzt nicht mehr. Pistolen, Gewehr. Gewehr, Gewehr, Gewehr. Pistolen, Gewehr. Pistolen. Gewehr ist immer gut. Ja, aber wir haben das Ölfeld schon hinter uns, zum Glück. Ja, ich hasse es nämlich. Gewehr. Was? Scheiwa? Du bist wieder? Du bist immer gut? Wie, wie du hier bist? Wir waren auf dem Porten, als wir immer getroffen sind. And then, well, I ended up here. Where's the rest of the team? Shit! It's just the three of us now. Why did you not retreat? I mean, we are no match for them. I've got unfinished business. The hard drive containing data on the BOW experiment had a picture inside. The picture was of Chris's friend. A friend? I'm not leaving until I catch Irving and find out what the hell's going on here. Let's save the chit-chat for later. Let's save the chit-chat! Ja, und weiter geht's. Mit einer Lieblingsmission von mir. Sachen beschützen. In dem Fall eine Person. Ja, aber zum Glück ohne Zeit. Ja, trotzdem beschützen. Ja. Es gibt Sachen, die die Welt nicht braucht. Genau, das ist eine davon. Schrotgewehr. Boah. Das ist super Blut. Boah, hinter uns. Oh. Super, er heiligt uns gerade. Mit dem Spaten, ey. Das ist voll der Spasti hier. Mit seinem Spaten. Voll der Spaten. Ja, man. Ja, wir können die Altermannschiene auch fahren. Ah, schnell. Ich guck hier Fenster. Ja, ich sieh's ja nicht viel. Außer Wand. Aber jetzt geht's noch. Halt drauf. Auf eine Granaterei. Ich hab keine. Wieso? Wieso haben wir nie Granaten? Oh. Beinmutierter Kopf. Der ist da aber immer noch. Echt? Oh. Boom. Na, so tritt ich mir in den Brustkorb. Ah. Der. Trottis. YouTube. On the elevator. Move. Ja, mach mal, mach mal. Warte mal. Jetzt sammeln wir erstmal. Ach, nein. Boah, fuck ey. Wir müssen hier auf die dicken Fetten aufpassen. Scheiße. Ja, die halten viel aus, ne? Geht. Die hauen auch ganz schön rein. Der ist schon mal tot. Vorsicht hin. Wow, 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 wow. Ja. Doch. Tum, tum. Direkt zweimal. Ah, ich fahre nur mein drittes Mal auf. Drup hier. Ja, warte doch. Echt? Oh, ein bisschen Geduld. Der mal noch? Das ist tot, Manni. Ja. Aber lass den mal rüberkommen, wenn er aufsteht. Schafft er das? Ist ja irgendwie im Kopf. Ich glaube schon. So viel Zeit muss sein. Hast du wartet für eine Invitation? Geh die Lade aus! Honeck! Lol. So, machst du auch schon. Das war jetzt lustig. Super, lässt er nichts fallen. Meine Granate, da lag eine. Hat er, ich hole sie mir. Ja. Kann ich die gleich benutzen? Ich drück schon mal. Oh, ich hab auch eine Blendgranate, sehe ich gerade. Und weiter geht's! Die wilde Fahrt. Josh, geh mal aus dem Weg, du Trottel. Oh, peeps in the wall. Okay, weiter, weiter, weiter. Guck dir einer. Schön. Ja, super. Ich hab keinen Platz für so eine scheiß Miene. Brauchen wir die denn? Ja, die kann ich gleich hinlegen. Ich weiß, wofür Minen benutzen. Ha, okay. Oh, oh. Oh, oh, ist noch was? Hast du nicht gesehen, ne? Nee, ich war gerade durch mein Zielfernrohr am Glotzen. Wo ist denn die Mine? Weg. Geh hoch. Meine Fresse. Komm, Josh. Okay, Josh, zeig, was du kannst. Du musst hier dort aktivieren. Ja, du musst da wieder rumhängen. Oh, und wir müssen tschüss sagen, die ich gerade. Oh, ja. Okay. Josh ist jetzt wieder an dem Apparat. Wir stehen hier, müssen aufpassen und sagen tschüss. Jo, ciao. Ciao.